Für reichlich Zündstoff sorgt derzeit in der Hochschulpolitik der Veranstaltungskeller im VG das sogenannte Stilbruch. Da das Stilbruch ein Teil studentischer Selbstverwaltung ist, gehört es damit praktisch allen Studierenden, die durch ihren Anteil am AStA das Stilbruch praktisch mitfinanzieren. Deshalb hängt die Zukunft des Stilbruchs von den diesjährigen Wahlen ab. Was ist die Problematik beim Stilbruch und wie sieht die Zukunft des Partykellers aus, je nachdem welche Koalition sich bilden wird. Was sagt die ADF dazu? Die ADF hat ein eigenes Stilbruch-Ausgründungskonzept. Also für alle Beteiligten ist klar, dass das Stilbruch ausgegründet werden muss und wir haben da ein ganz klares Konzept vorgelegt, mit dem sich die ADF momentan versucht einzubringen. Mit unserem Konzept, was mehr demokratische Legitimität vorschlägt, sind wir allerdings momentan in einem Standpunkt gegen das Kulturkollektiv, was ein eigenes Konzept vorgelegt hat. Das Kulturkollektiv leistet auf der einen Seite seit mehreren Jahren gute Kulturarbeit im Stilbruch. Das wollen wir gar nicht verkennen. Allerdings wollen wir auf der anderen Seite halt auch, dass die Studierenden, die jedes Jahr abstimmen darüber, wer im Studierendenparlament sitzt, zumindest eine Kontrolle darauf ausüben können und da gewährleisten können im Stilbruch, dass alle Studis ihre Veranstaltung mit einbringen können im Stilbruch und dass kein Freiraum ist für eine bestimmte kleine Studierendengruppe. Was sagt der RCDS dazu? Was relativ ähnlich ist. Also wir sind auch dafür, dass früher wurde das Stilbruch oder Vertigo direkt vom Asta verwaltet. Das war ein sehr großer bürokratischer Aufwand. Man muss auch sagen, die Konzeptionierung, die 2008 gemacht worden ist, war zunächst erstmal relativ überdimensioniert. Man hat sehr teure Technik angeschafft, man hatte Kapazitäten sich da reingeholt, die eigentlich den Bedürfnissen für Studis gar nicht so entspricht. Dann kam das Kulturkollektiv und hatte die Verwaltung dann im linken Asta übernommen und wir waren damit etwas unzufrieden über die Durchführung, Raumgestaltung etc. Es hat sich daraus ein politischer Ort entwickelt. Also es wurde klar ein linkspolitischer Ort, Meinungsmacher wurde dort gemacht. Wir wollen, dass das Stilbruch auch sozusagen nicht sich direkt in den bürokratischen Fingern des Astors befindet, sondern selber verwaltet wird. Aber wir wollen auch, dass es klare Regeln gibt, dass jeder Studi da Zutritt haben kann, dass alle Gruppen, alle hochschulpolitischen Gruppen etc. da dieses Gebäude nutzen können und dass es nicht eben ein politischer linker Freiraum wird und dafür dann missbraucht wird, sondern allen zur Verfügung steht. Nun, das ist ein ziemlich heftiger Vorwurf, dass nicht jeder Zugang zum Zielbruch hat oder nicht jede Hochschulgruppe. Es gab auch einen Artikel des Kulturkollektivs, der verfasst wurde, um eben diese Anschuldigungen praktisch zu widerlegen, dass eigentlich jeder einen Zutritt dazu hat. Und wie würdest du dich jetzt dazu äußern? Ja, ich glaube, das bezieht sich auf den Wadenbeißer. Da wurde gesagt, RZS-Veranstaltungen und so weiter dürfen die stattfinden. Das stimmt so nicht. Also wir haben da keine Veranstaltung bisher angemeldet und das ist auch nicht das, was wir kritisieren. Wir kritisieren Veranstaltungen, die ja stattfinden, wo bestimmte Studierendengruppen wie Verbindungsstudenten sozusagen da keinen Zugriff finden. Mir sind Facebook-Kommentare bekannt, wo sich aus dem Kulturkollektiv lautstark darüber aufgeregt wird, als ein privater Mieter drin war, was für Leute auf einmal in ihrem Partykeller sind. Ja, und das hat schon eine deutliche Sprache gesprochen. Was sagt der schwarz-rote Kollaps dazu? Also ich rede nicht nur als SRK, sondern vielleicht für alle etwas alternativeren Gruppen, wo es auch Flügel in der ADF gibt, aber egal. Auch noch ein sehr kleiner Flügel in der ADF. Also schon damals, als RZS und ADF den Veranstaltungsraum gründeten, wurde in die Satzung aufgenommen, dass farbentragende und verbindungsstudierende an sich Hausgemeinschaften, Vereine, was Burschenschaften oder Verbindung ausmacht, dort keine Veranstaltung durchführen dürfen. Übrigens, das hat der ADF, RZS, Asta damals in die Satzung geschrieben. Soviel zu dem einen Punkt. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch so, wenn jetzt, sag ich mal alternativere, ich will nicht mal links sagen, Menschen in gewisse Klientel gehen, dann gibt es da auch Gegenstimmen unter Umständen. Ich würde gerne konkret Vorwürfe hören, weil bis jetzt ist das alles nicht, finde ich das nicht wirklich tragbar. Es hätte sich angemeldet werden können. Die DAF war drin, der ADF hatte, glaube ich, nicht angefragt. Es waren O-Phasen-Partys drin, und zwar die ELSA drin. Also theoretisch vom Spektrum her, wenn ADF und RZS keine Veranstaltung anmelden, sind sie selber dran schuld, dass keine stattfanden. Ja, wie aussitze ich die GHG dazu? Ähm, auch nochmal zu der Offenheit des Dealbuches. Es gibt jeden Montag ein offenes Kulturplenum, an dem alle Menschen hingehen können, alle Menschen sich einbringen können mit ihren Ideen. Sie können sogar Partys vorschlagen. Ähm, ich finde das ein sehr tolles Konzept und ein sehr offenes Konzept. Und die GHG solidarisiert sich auch komplett mit dem Kulturkollektiv und wir möchten gerne für das Zielbuch ein selbstverwaltetes beziehungsweise autonomes Referat haben. Die Jusos? Ja, äh, auch die Juso-Hochschulgruppe stimmt dem vom Kulturkollektiv vorgelebten Konzept zur Ausgründung des Zielbruchs zu. Ähm, das ist jetzt auch, äh, schon, ja, seit einigen Monaten doch, äh, zu Papier gebracht. Äh, es existiert länger als das, äh, was gerade von der ADF angesprochen wurde. Ähm, und ist unserer Meinung nach, äh, deutlich, äh, das deutlich bessere. Ähm, es hat auch eine demokratische Legitimation in sich. Ähm, und ich möchte auch nochmal betonen, dass, äh, gerade die Studierendenschaft eine Verantwortung hat, beziehungsweise die Organe der Studierendenschaft, halt nicht nur Mainstream-Partys zu machen. Ähm, es gibt viele verschiedene Konzepte im Stilbruch, äh, Partykonzepte, die reichen von, äh, Konzerten kleinerer Künstler, äh, aber auch von größere Acts aufgetreten. Ähm, es gibt regelmäßig Mainstream-Musik, äh, die da gespielt wird. Ähm, und es ist nunmal wichtig, Kultur auch als Kultur zu begreifen, ähm, auch Sachen da zu haben, die vielleicht nicht allen Studierenden direkt einen, äh, wo nicht alle Studierende direkt einen Zugang haben, aber die halt in der Nische irgendwo sind, äh, die gemacht werden können und eben dazu sind auch die Organe der Studierendenschaft da. Hm. Der SRK möchte noch etwas dazu äußern? Ich habe drei Punkte. Ich, äh, ich hoffe, ich bekomme die zusammen. Also, erstmal zum Montagsplenum und zu den Anmeldemodalitäten. Es ist so, dass Menschen, die sich privat darin organisieren, vielleicht eine Einzelmeinung vertreten, aber nicht im Sinne der Gruppe, bedeutet quasi, es gibt eine professionelle Herangehensweise, wie Veranstaltungen angemeldet werden müssen und das hat nichts mit persönlichen Interessen zu tun. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn das Diebruch umstrukturiert wird, das ganze ein Teil der Kulturindustrie wird sozusagen mit sehr vielen Werbepartnern ausgestattet, also sehr kommerzielle Veranstaltungen, bezahlte, ähm, Schichten für die ganzen Menschen, strikt reglementiert und nicht frei. Das ist die Befürchtung. Und, ähm, zum Thema Ausgründung, ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass die Ausgründung funktioniert hätte, wenn nicht, äh, die derzeitigen Hochschulgruppen aus wahlkampftaktischem Kalkül einfach diese Ausgründung ablehnten, um einen Aufschub zu gewähren. So viel zum Thema Ausgründung. Wenn man die Hintergründe offendeckt, ist das, äh, wahlkampftaktisches Kalkül, was da passiert ist. Wie steht der RCDS dazu? Ja, ich bin ehrlich gesagt ziemlich erstaunt, weil ich hier in dieser Runde mehr Informationen, äh, über die Zukunft des Diebruchs bekomme, als im Studierendenparlament, wo der RCDS ja häufig genug nachgefragt hat, wie die Zukunft aussehen soll, äh, wo der Kulturreferent auch versucht hat zu antworten und dann, äh, aus Astor-Seiten zurückgepfiffen worden ist, dass er darüber nichts sagen soll. Ähm, also Einigkeit besteht, sag ich mal, in dem aktuellen Astor-Ganzen gar nicht. Das ist ja schon rausgekommen. Aber mich würde interessieren, wie ein, äh, autonomes Referat aussehen soll. Wie soll der Einfluss der Studierendenschaft oder des Studierendenparlamentes weiterhin auf, ähm, das, ähm, das Diebruch ausgeübt werden können, wenn man ein autonomes Referat hat. Und ich befürchte einfach, dass sich ein neuer linker Freiraum da bildet, wo man dann irgendwann keinen Zugriff mehr drauf hat, wo sich dann, äh, das verselbstständigt und dann da nur noch, äh, ja, linke Politik betrieben wird. Ja, die ADF. Möchtet ihr euch nochmal zu äußern? Ähm, ich möchte nochmal einer Aussage widersprechen, der ich in den letzten Tagen häufiger über den Weg gelaufen bin, nämlich, dass die ADF, äh, das Diebruch schließen möchte. Also, das ist ein Vorwurf, der, äh, überhaupt nicht stimmt und was hier jetzt auch so anklang, nämlich, dass, äh, die Arbeit des Kulturkollektivs nicht wertgeschätzt wird, das ist, ähm, auch falsch. Also, wir sehen das schon, dass da einiges an Veranstaltungen passiert, ähm, was, ähm, viele verschiedene Leute anspricht und die ADF konnte konkret in diesem AStA auch durchsetzen, dass durch, ähm, Projekte wie den Campus Club, der jetzt neu etabliert ist, ähm, durch, äh, die Elsa, die jetzt in diesen Club fließt. Und das ist momentan der Fall, dass jeder Studi mit seinen Beiträgen auch, ähm, zum Teil das Dealbruch, ähm, mit fördert, dass dann auch, ähm, ähm, äh, Reglementierung da sind oder einfach Strukturen geschaffen werden, die es auch ermöglichen, dass jeder Studi im gleichen Maße darauf Zugriff hat und, ähm, ähm, das ist der ADF ganz, ganz wichtig bei der Ausgestaltung eines neuen Referats. Wie sieht das die LHG? Als, äh, LHG haben wir kein Problem mit dem Kulturkollektiv. Wir sehen es aber auch nicht als Aufgabe der Studierendenschaft an, einen eigenen Partikel zu unterhalten. Und deswegen sind wir für eine Ausgründung, und das Konzept findet man nicht ganz so wichtig, wenn wir mittelfristig dafür sorgen, dass dort auch keine studentischen Gelder mehr reinfließen, also nicht von der allgemeinen Studierendenschaft. Der SRK möchte sich dazu äußern. Ja. Also kurz um die Hintergründe aufzudecken. Wie gehabt, äh, Aufklärung, äh, und Wissen sind, bringen einen immer sehr gut voran. Jeder Studierende bezahlt im Semester derzeit 40 Cent für das Dealbruch. Wir sind wahrscheinlich die wirtschaftlichste Kulturinstitutionen in der Stadt derzeit, wenn man betrachtet, dass normale Kulturinstitutionen sehr hoch subventioniert werden. Und, echt mal, Leute, glaubt ihr, dass da genauso viele Stunden und, äh, Freizeit und Muse in den Laden reinfließen wird, wenn es, wenn es bezahlte Kräfte machen? Ich sehe das nicht. Das jetzt gerade ist eine Kompromisslösung. Natürlich. Es kann der RCDS reingehen. Es kann die ADF reingehen. Äh, es können, äh, Veranstaltungen im subkulturellen Spektrum durchgeführt werden. Es ist gerade sehr breit aufgestellt. Und das, ein, ein Hauptgrund auch für die Ausgründung, weil wir jetzt auf unsere, auf unseren politischen Forderungen herumreiten, wie es ausgestaltet wird, ist, dass das Dealbruch in der derzeitigen Form einen enormen bürokratischen Aufwand mit sich bringt. Für, Kulturreferent, Finanzreferent, davon du weißt, der RCDS nichts, weil vielleicht... Ich weiß ja auch mal Kulturreferent, weil du dich noch erinnern kannst. Genau, wir haben, wir haben damals die Übergabe gemacht. Dieser enorme bürokratische Aufwand treibt das Sekretariat im AStA fast in den Wahnsinn, selbst wenn das Dealbruch gut funktioniert. Wir sind... Durch den Finanzskandal der ADF vor zwei, drei Jahren wurde die Haushaltsordnung so sehr verschärft, dass sehr viele bürokratische Hürden eingebaut wurden, was das Ganze sehr stark kontrolliert. Bedeutet quasi, also transparenter als diese Kulturinstitution kann nichts geführt werden. Und es ist offen und es wäre sehr schön, dem Sekretariat im AStA zu entlasten und den Finanzreferenten, um wirklich gute Projekte auch voranzubringen. Und in dem Sinne kann über eine Ausgründung diskutiert werden. Es hat sich aber leider durchgesetzt, dass die Gruppen jetzt vor dem Wahlkampf leider nicht in der Lage waren, zusammen ein Konzept auszuarbeiten. Es gab Gesprächsangebote von den alternativeren Gruppen und auch von der ADF, aber es wurde sich trotzdem dann zum Punkt, als sie darauf ankamen, nicht dafür eingesetzt. Und ich sage nochmal, ich glaube, es ist wahlkampftaktisches Kalkül, der etwas konservativeren Gruppen da nichts voranzubringen. Ja, vielen Dank. Die Jusos, wollen Sie sich noch dazu äußern? Ja, eine kurze Ergänzung noch, weil hier jetzt viel gesagt wurde, seitdem das Kulturkollektiv der Stilbruch betreibt, im Gegensatz zum Vertigo vorher, sind die Veranstaltungszahlen und auch die BesucherInnenzahlen massiv in die Höhe gegangen. Konkrete Zahlen habe ich hier gerade nicht im Kopf, aber ich weiß, dass es um ein Vielfaches mehr geworden ist beides. Und was von Tobias von der ADF gerade noch gesagt wurde, dass die ELSA jetzt auch wieder da drin feiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in jedem Jahr die ELSA für die Leute, die es nicht wissen, die European Law Students Association da drin gefeiert hat. Ja, vielen Dank. GHG, möchten Sie sich noch dazu äußern? Ich wollte gerne noch was zu den Ausgründungskonzepten sagen. Von Anfang an, seit der ELSA im Amt war, gab es immer Ausgründungstreffen, wo sowohl ADF, GHG, Jusos und auch in Zusammenhalt mit dem Kulturkollektiv an der Ausgründung gearbeitet wurde. Es wurden mehrere Konzepte im Verlauf vorgestellt. Es wurde auch gerade vom Kulturreferent und von dem Finanzreferent sehr viel daran gearbeitet, dass da was entsteht. Und leider war es, muss ich jetzt einfach mal so sagen, immer die ADF, die dann irgendwas daran zu meckern hatte. Und immer im letzten Moment, bevor es wirklich darum ging, ja, wir wollen das jetzt genau so ausgründen, kam die ADF und hat gesagt, ja, nö, wollen wir doch nicht. Und das entmutigt sehr. Und ich würde da Mischa zustimmen und sagen, ja, es war von der ADF wahlkampftechnisch. Sie wollten das ein bisschen rausschieben und deshalb ist es jetzt so, wie es ist. Ja, vielen Dank erstmal. Vielen Dank. Vielen Dank.